Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Herzlich willkommen heute zu einer Frag doch mal den Prof Sonderfolge. Heute haben wir ganz, ganz, ganz viele Zuschauerinnen hier dabei und sie haben uns vorab ganz viele Fragen gestellt. Bei einer Läsch- und Unterleibs-OP wurden bei mir letzte Woche starke Verwachsungen im Bauchraum, vor allem an der Blase, auch mein Bauchfell war nach zwei Kaiserschnitten, damals medizinisch notwendig wegen Beckenendlage meiner Tochter, wohl völlig verrutscht oder an einer ganz anderen Stelle als normal festgestellt und operativ korrigiert. Gibt es etwas, das ich tun kann, neben der verordneten körperlichen Schonung, um erneute Verwachsungen im Bauchraum von dieser OP oder diesem Eingriff zu minimieren, zum Beispiel vielleicht auch bestimmte Nährstoffe, die ich nehmen kann? Also da muss ich sagen, dass ich keine Erfahrung habe, was jetzt direkt Nahrungsergänzungsmittel oder Nährstoffe oder Lebensmittel betrifft. Das wäre auch sehr, sehr weit hergeholt. Also die normalen allgemeinen Regeln gelten natürlich auch, aber mir ist jetzt keine Substanz bekannt, die eine Verwachsung oder Vernarbung im Bauchraum nach einer OP vor allen Dingen beseitigen kann oder aufhalten kann oder zurückbringen kann. Also das muss man erst mal sagen. Aber ich bin ja als Schmerztherapeut oft konfrontiert worden mit genau solchen Situationen, dass Menschen Operationen hatten im Bauchraum, im dünnen Bereich, im Magenbereich, im Darmbereich und danach irgendwas nicht funktioniert. Weil entweder die Sensibilität oder Organfunktionen beeinträchtigt sind. Und da bin ich so, so dankbar, dass damals in meiner zusätzlichen Ausbildung mir ein Kollege gesagt hat, Janosch, wenn du wirklich nachhaltig Menschen gerade mit chronischen Erkrankungen oder schwierigen Erkrankungen, wenn du so ein bisschen zum Trüffelschwein in der Medizin werden willst, also auch unter der Oberfläche das Wertvollste zu finden, wenn du das machen möchtest und dann rate ich dir zur Neuraltherapie. Wer hat schon mal Neuraltherapie gehört? Wer kennt Neuraltherapie? Das ist Spritzenbehandlung mit einem Lokalanästhetikum und zwar Achtung in und an Narben auf. Narben können Störfelder sein. Ich habe die verrücktesten Sachen schon erlebt. Das Krasseste war eben diese 1,5 Zentimeter lange Narbe am Zeh, verantwortlich für Migräne. Eine Kaiserschnittnarbe, verantwortlich für eine gynäkologische Dauerproblematik. Also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Oder eine Bauchnarbe, ist ja auch eine Narbe, verantwortlich für eine Darmentzündung. Also diese ganzen Bauchnarben können am Ort des Geschehens, aber auch ganz weit entfernt, ein bisschen zur Migräne, Dinge auslösen. Dann kann man die aber behandeln mit der Neuraltherapie, mit dem Unterspritzen von Narben, mit einem Lokalanästhetikum. Und das ist auch so etwas, was immer so ein bisschen meine Medizinersäle erfüllt, wenn man dann gerade so diese schwierigen Nüsse knacken kann oder wenn man eben unter der Oberfläche genau diese eine Ursache dafür findet. Und dann ist es manchmal so einfach. Wir haben heute erst wieder das zeigen können, dass durch eine bestimmte Injektion in die Leiste wirklich ein Fußproblem sich lösen kann. Also diese Unterspritzungen mit Lokalanästhetika, genannt Neuraltherapie, eine sehr wertvolle Komponente. Das ist das, was ich, ich rede nur über das, was ich authentisch wirklich zu solchen Dingen erlebt habe oder auch sagen kann. Alles andere weiß ich nicht, aber das würde ich der Frau empfehlen, dass sie sich einem guten Neuraltherapeuten mal zuwendet, dass der mal die Narben prüft. Und jeder von euch, der vielleicht eine Narbe hat, kann ja zumindestens mal abchecken. Sieht die Narbe so aus, wie man es von einer Narbe erwartet. Also ein dünner, weißer Strich. Nicht rot, nicht aufgeworfen, nicht eingezogen. Also sieht sie gut aus. Erstens. Zweitens. Wenn man sie, wenn man drüber streicht, wenn man sie so, also so abtastet, ist sie weich, so fast so weich wie das umgebende Gewebe oder ist sie derb und hart? Derb und hart, nicht gut. Zweitens. Wenn ich da sanft drüber streiche, ist das Empfinden dieser Narbe, ist das genauso wie nebenan, also neben der Narbe, die Haut. Manche, wenn ich da drüber gehe mit so einem Stift oder mit dem Finger, die sagt, oh, das britzelt so, das ist wie elektrischer Strom. Nicht gut. Manche sagen, ja, ja, meine Narbe, da bin ich in der Familie bekannt dafür, da bin ich der Wetterfrosch, weil die Narbe meldet sich immer, wenn das Wetter wechselt. Einige lachen, ihr kennt das, ne? Von irgendjemandem. Das ist auch nicht in Ordnung. Wetterwechsel ist nur eine physikalische Änderung des Luftdrucks. Und das, also neben unsere Barorezeptoren, die Luftdruckrezeptoren, nehmen das schon auf. Und wenn dieses ganze System durch die Narbe so destabilisiert ist, reicht der Wetterumschwung aus, dass es uns nicht gut geht. Oder zumindest anders geht. Also mal kleiner Ausflug in die Neuraltherapie. Das ist ja letztendlich, was die körpereigene Regulation dieser innere Arzt, was den wieder betrifft. Ich suche immer, was behindert diesen inneren Arzt, damit er sein Werk nicht vollenden kann. Und da kann es eben auch mal so eine Narbe sein. Ja. Das kann ich dazu sagen. Und Janosch piekst gerne. Ich hatte einen Hexenschuss. Und dann komme ich auf die Liege. Dann turnt er erstmal eine halbe Stunde auf einem rum. Macht die komischsten Verrenken. Und es macht nur knack und knuck. Und dann kriegt man irgendwelche Spritzen. Und dann, er macht ganz viel mit Akupunktur, Janosch. Und dann kriegst du Akupunkturnadeln hier und da und überall. Und dann musst du eine halbe Stunde so mit diesen Nadeln liegen. Und das Tolle ist, du kommst noch auf eine Streckbank. Das ist auch ganz spannend. Und das Tolle ist, der Hexenschuss ist danach weg. Also das ist wirklich so toll. Andere dümpeln da wirklich dann irgendwie Wochen damit herum. Nö, der ist danach wirklich weg. Und das ist schon gut. Ja, da muss man wirklich, da darf man nicht kleckern, sondern da muss man echt klotzen. Und deshalb sind diese Techniken, die du gerade erwähnt hast, dann auch wirklich kompakt in so einer Akutsituation. Und ich meine, es ist ja ganz gut, dass ich das gerne mache. Ich stelle dir das andersrum vor. Jetzt habe ich die Spritze in der Hand und sage, oh Mann, nee, diese blöden Spritzen. Und nee, das faugt da sowieso nicht und wird nichts. Mache ich nicht gerne. Mache ich zum ersten Mal oder heute zum letzten Mal. Das wäre auch blöd. Also da habe ich auch selber lieber einen Arzt, der sagt, Mensch, das, was ich hier tue, das kann ich gut, das mache ich gerne. Und da erwartet man ja auch selber als Arzt auch einen entsprechenden Erfolg. Und keiner hat Lust darauf, ständig gesagt zu bekommen, alles, was sie machen, hat nichts gebracht. Stimmt. Nee, also das bringt richtig was. Man ist so echt ganz schön kaputt dann. Das wirkt wirklich egal. Ja, aber durch YouTube durfte ich ja sehen. Also du hast vorhin so stolz von der Zehntausender-Marke berichtet. Ja, ich muss wahrscheinlich umdenken. Ich sehe, dass da solche Hühnen mit leicht bekleideten Mädels Chirotherapie zeigen und kriegen dafür 3,5 Millionen Aufrufe. Wo man sagt, also, puh, wo ist da noch? Na gut, anderes Ding. Egal, egal. Wir machen einfach so weiter authentisch und ehrlich und so, wie wir, wofür wir eben stehen. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und deshalb müsst ihr das weiterleiten. Ja. Dass wir auch mal auf 3,5 machen. Juhu. Also abonnieren, abonnieren. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde. Bis zur nächsten mal. Bis zur nächsten Mal. Vielen Dank.